So, wieder zurück. Wow, das wird, das müssen wir jetzt selbst machen, das wird lustig. Erstmal, wir brauchen Musik. Das müssen wir jetzt machen, wir brauchen Kontakte, Russniederschlag entfernten mit Schmierer-Einfetzten. Das ist ein neues Lied von Pisshead. Musik Much better. Es ist nicht so, dass ich eine Emanuelle brauchen. Aber ich bin wirklich glücklich, dass es hier ist. Ist das eigentlich nicht egal, das muss ich bestimmt später erst, ne? Genau, ich überprüfe erstmal alles. Ich überprüfe nämlich nur alles, ich glaube erst später muss ich wirklich da was machen. Das Ding ist gar nicht so gut. Vielleicht. Baby. Oh. Sick. Hmm. Hmm. What do I see? Ehm, einen Löwen. Ah. Ich bin schon wieder Raben. Ich hab genug von Raben. Okay. Maybe something's wrong with the battery post. Okay, dann. Überprüfen wir mal die Batterie. Okay. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Not helping. Okay. Won't do anything. Oh my god. Oh my god. This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Okay, dann bleibt ja nur noch das. Oder ich? Okay. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Also... ... ... ... ... ... um zu kratzen uhhhh nein um 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 back from once you came so wir haben eine Nachricht bekommen aber erst mal sparkplugs busted carbon deposits sollen wir jetzt ein neues hin dann mal sch die 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 hätte Handschuhe mitnehmen sollen. Please, I need you. Yeah! Ja! Ja! Um... Hey! Junkyard Queen! Where are you at? Hey! Hey! Holy shit! Your hair! It's so... Badass. I was gonna say hot. But, yeah. Badass, too. Interesting choice in shirt, too. Thought you'd like it. It involves fire. Hey. Not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his... fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey. I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you wanna be cool? I just wanna talk to Frank. As long as you don't get in the way, we'll be fine. I told you. She's like this. Gotta say. I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How'd you like to work full time for us? Hey, 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 hey. Vorsicht. Don't fucking touch her. Der ist gefährlich. Sehr gefährlich. Und genau der ist der Typ, von dem ihr Vater sie fernhalten will, indem sie den Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter verbietet. Was. but if I lay a single finger on them, suddenly, it's a whole other thing. Frank says, you were asking about a client of his. That true? Yeah. It's true. I don't see why you should give a shit. I hear probably they have them. Du bist nicht? Vielleicht werde ich dir zeigen. Du hast auch, Nancy Drews, hat sich gedacht, dass es eine gute Idee wäre, zu callen deinen Drogenbewerb und zu fragen, über seine Arbeit. Ich bin nicht in eine Fancy Academy, aber das macht mich nicht so smart. Vielleicht war es dieser Mann's Sonne Disposition, die dich verletzte. Aber er hat eine ganz andere Seite zu ihm, die ich nicht mag. Wir lassen sie es sehen. Wir reden hier nur. Okay, dann reden wir. Ich möchte jetzt wissen, warum du eine Scheiße über diese Mannschaft hast. Ah, nicht mehr. Weil... Fuck you. Ich frage die Fragen hier. Look, None of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? Woah. No. Tell me where she is. Now, Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your pro- Rachel? As in Rachel Amber? Amber? Hm. That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit. You know. What do we know? We know. We are aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. We are so deep in this shit. Here's what happens next. Come on man. They're just kids. No. They're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now she's going to fill me in on what her daddy is up to. And how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon. Calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. That's one feeler. You fucking bitch. Rachel. What the fuck. Chloe. Go. Now. Hold on. Shit. 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 Chloe. Hey. Hold on. Okay. Rachel. No. 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 I'm not losing you. I knew it was good. God ask it. Uh. It's uh. These are. Pissed. Daemon. There. Uh. Amen.